Hallöchen, äh, Hallöchen, haha. Und guten Tag, wieder zurück zu LittleBigPlanet 3. Wir haben es geschafft. Toggle haben wir in der letzten Folge geholt. Jetzt haben wir Otzog und Toggle und holen jetzt nur noch Swoop. Swoop, Swoop. Und das geht ab heute los. Ja, dann versuchen wir das mal. Voller Tatenkrank. Langsam aber sicher macht das Spiel doch wieder ein bisschen Fades, aber... Es ist natürlich ein langer Wegen. Ja, aber wir hoffen, dass es jetzt noch die Wochen weitergepatcht wird. Ja, es hat echt viel schlecht gemacht jetzt in den ersten paar Levels, dass das ein bisschen andauert, bis man sagt, ja, okay, ja, es ist doch gut. Und es ist halt einfach LittleBigPlanet. Richtig. Das darf man ja nicht außer Acht lassen. Ich bin zwar immer noch der Meinung, 1 und 2 war besser programmiert, aber hey, das könnte sich noch einlaufen. Also ich fand die 2 wirklich am besten bisher gemacht, muss ich sagen. Ja, aber man musste auch dazu sagen, wie immer wir angefangen haben, die 2 zu spielen, sind ewig viele Patches auch runtergekommen. Ja. Das muss man natürlich auch sagen. Die Zeit müssen wir natürlich dem dritten Teil auch geben. Ich glaube, das lässt sich Sony nicht lumpen. Da greifen sie mal fest in den Geldtopf und werden dem Entwicklerteam auch die nötigen Ressourcen bereitstellen. Dieser Newton, dem schlage ich die Birne ein und trete dann auf... Und du bist als nächstes dran. Dich nehme ich Naht für Naht auseinander und mache aus dir einen Schal oder einen Hut. Was geschieht mit mir? Erst ging das Herz verloren, jetzt die Fassung. Ich bin Pinky, die große Königin der Bankem-Lagune, Beschützerin des kreativen Herzens, das jetzt dieser lila Dussel hat. Bis es wieder da ist, trube ich mehr als ein Taifun im Einmachglas. Zuerst musst du Swoops fehlende Murmeln finden. Eine ist oben auf einem turmhohen Turm. Und die andere ist im Bauch eines monströsen Monsters. Bringen Sie beide hierher, dann wecken wir den faulen alten Vogel Swoop auf. Okay, auch ungewöhnlich. Wir brauchen nur zwei Murmeln. Ja. Finde ich jetzt mal kurios. Gingen Ihnen da die lausigen Sprüche aus? Oder weil ein monströser Turm, äh, nee, äh, ein großer Turm, Turm, ähm, Turm, ein turmhoher Turm und ein monstroses Monster, da waren dann die Dinge weg. Unglaublich hohen Gebäude ist. Keine Angst, ich helfe dir, sie zu erreichen. Hä? Bist du in Druck gesprungen? Ja, dort oben kommst du jetzt mit Swoop wahrscheinlich hin. Ja, kann sein. So, Level 1. Swoopy. Die junge Dame ist sehr aggressiv, oder? Bisschen zickig. Ein bisschen. Ein bisschen. Heißt Pinky und hat einen riesen Schädel. Da denke ich an den anderen Pinky. Ja. Nee, das war Brain. Und da kann ich nur sagen, dass, äh, mein Sektor jetzt unmögliche Träume träumt. Ah, denkt stärker nach, meiner. Oh, siehste. Ist auch mit Augen zu. Na, Augen zu und durch. Genau. Sollen wir das Level so spielen? Augen zu und durch. Ja, wir machen es einfach mal blind. Ha, 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 ha. Ja, ja. Boah. Ha, 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 ha. Oh, Mann. Naja. Eigentlich müsste man das wirklich mal machen. Facecam-Aufnahme und dann so eine Augenbinde und irgendein Spiel blind spielen. So, da kommen wir nicht hoch. Nee, da brauchen wir Swoopy schon. Swoopy Goldberg. Äh, binne. So. Achso, ich muss ja auch. Da kommen wir auch nicht hoch, ne? Geh mal da rein. Warte mal. Ich hab da eine Idee. Das könnte vielleicht funktionieren. Wechseln kannst du jetzt nie, oder? Doch, kann ich. Also. Aha. Ich wollte es mal probiert haben. Nee, das geht nie. Das habe ich ja vorhin auch schon mal versucht bei dem Level. Achso. Wie ziehe ich denn jetzt das hässliche Ding wieder aus? Nochmal auf das Ding drücken, wenn du es gewählt hast. Ah, okay. Danke. Oh, jetzt oben ist eine Vermutung. Ja. Hat aber funktioniert, deine Vermutung. Ah, das sind sie ja endlich. Rufe einfach deine Sendtasche mit der Zurück-Taste auf und wähle sie mit Hilfe des linken Sticks und der Abzellstaste aus. Habe ich sie jetzt? Weiß ich nicht. Nö. Habe ich sie aber gewählt. Ich verstehe das bei mir immer nie. Das ist doch nervig. Nee, hast du immer noch nicht. Also. Kreis. Dann das Ding wählen. Ausrüsten. Hab sie wieder nie. Das gibt es ja nicht. Wolltest du meine? Nö. Ich ruf jetzt hier nochmal drüber. So. So. Ganz ruhig. Kreis. Hä? Kreis. Auswählen. X. Es gibt es ja nicht. Hatten wir doch vorhin auch das Problem. Ach. Jetzt hast du es. Ach deine. Ja, okay. Na ja. Deine Dinger sind wohl zu militant. Na kommst du hoch? Brauchst du gerade noch. Man kann auch springen und dann noch, oder? Ja. Ja. Verstehe. Ja. Das war die falsche Richtung. Okay. Hier sind wir draußen. Also, da muss ich hoch. Nö. Racken Schuhe. Ich finde die Schuhe geil. Ich nie so. Komm damit nie klar. Ja. Da oben ist was. Ja. Hab ich. Ich hab dir mal geholfen, das Ding zu treffen. Der war fies. Ah. Ich hab's auch noch gesehen und hab eigentlich R1 schon gedrückt, aber nö. Das titsche ich hier gegen die Scheiße. Oh, nö. Halt dich doch fest, Zackboy. Nee. An der Klippe. Das wäre, äh, das fehlt eigentlich dem Spiel noch ein bisschen, dass er sich an so einer Klippe festhalten kann. Ah. Wäre so eine Idee für den vierten Teil oder so. Wer für die PS8 dann rauskommt. Oh, nee. Helft dir mal, hm? Ja, mach mal. Oh, jetzt muss ich das Loch auch noch treffen. Nee. Oh ja, das kenn ich. Das ist in Ordnung. Ah, jetzt haben wir... Ach, jetzt sind wir wieder hier. Sehr schön. Ah, schön. Aber, warte, da rechts war ein Bubbel. Im Übrigen. Da oben. Da. Ach, die Spinne können wir auch mal wegmachen. Kannst du, musst du aber nicht. Äh, ja. Ich hab dir die Bleistifte mal zerlegt. Hä? Irgendwo sind die Kuldi-Schuhe. Was ist das jetzt für ein... Oh, das ist ein... Er legt deine Schubstiefel auf, wann immer du ihn berührst. Verwende Schub auffrischer, um deine Schubstiefel mehrmals zu benutzen. Na, okay. Ah. Das wird ja kompliziert. Ja. Das wird, glaube ich, noch ziemlich ausgebaut. Jetzt hat's geleckt. Super. Mmh. Oh yeah. Na gut, man kann immer wieder in den Kreisen. Das ist immerhin etwas. Ja. Boah. Ich hab's geschafft. Lässt du mir noch frei, oder? Ja, natürlich. Ich muss... Wir müssen da, glaube ich, nach rechts. Oh ja. Super. Da wär ne Glocke. Die haben wir sicherlich noch nicht. Nö. Du hast wunderschöne Glocken. Danke. Zugültig. Äh, wieso hast du jetzt das Blasegerät? Weil ich das wollte. Mhm. Ach, du hast die Schuhe wieder an. Oh. Das ist ja frech. Hm. Nee, da kommt man so. Nee, normal nicht, oder? Nee. Das ging noch nie. Ja. Boah, ganz knapp vorbei. Böse Spinne. Böse Spinne muss tot gemacht werden. Nein. Oh, im selben Schwung. So. Geht doch. Jetzt leckt's wieder. Meine Güte. Das wird tricky. Da muss man sich ein Stück fallen lassen. Oh ja. Geht sogar. Die Schuhe sind praktisch. Ja, und ich bin auch nicht daneben. Oh, scheiße. Bin auch daneben. Bin ich auch daneben. Hey, jetzt hat's wieder so geleckt. Oh, okay. Hast du einen alternativen Weg gefunden? Ja, ich glaube. Aber na ja. Nein, das war verkehrt. Doch, komm. Scheiß Legs. Ja, jetzt ist grad wieder schlimm. Ja, das fängt sich gleich noch. Hoff ich. Boah. Oh. Huh. Hast du noch... Hä? Nee. Ach, komm. Dann sind die Kanten so unterschiedlich abgesetzt, dass du definitiv dann runterfällst. Oh, nur ich natürlich. Ich muss das wieder machen. Natürlich muss das jetzt schaffen. Natürlich. Das kannst du. Ich glaube an dich. Nein. Hättest du noch mal den Ding berühren müssen. Ja, ja. Erneut spielen. Ah. Also das ist jetzt wirklich den Lux geschuldet. Das muss man echt mal so sagen. Ja, gut. Aber da kann man nicht sagen, ja, ist jetzt das Spiel schlecht programmiert? Ist heute unsere Leitung schlecht? Schlecht programmierte Leitung. Das ist es. Das ist es. So und hier anders. Was? Webt einfach ein wobenes Netz, mein Sackboy. Ich hab nischt. Du hast gar nischt? Nö, ich hab bloß wieder unten längst den kreisenden Kreisel. Achso, dein Sackboy wieder total faul in der Ecke liegen. Nein, der hat die Augen zu. Deswegen seh ich nicht. Achso. Okay. Müssen wir den ganzen Scheiß hier nochmal machen? Naja. Stimmt ja. Komm, pendel mal vorbei hier, du Spinne. Mach mal schneller hier. So. Halt die Fresse. Wie wissens? Brauchst du die Königinlichen? Schubstiefel. Hm. Ja, ja. Komm. Schubstiefel. Rufe einfach deine Sacktasche mit der Zurück-Taste auf und wähle sie mit Hilfe des linken Sticks und der Aktionstaste aus. Kommst du? Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Jetzt oben. Oh. Ach, da oben ist das. Ach, da oben ist ein Bubbe. Ja, das nennt man mal ein Nummer gebaut. Netz gemacht. Gelingen trotz Dummheit. Die jetzt. Ach, nix, nix. Okay. So, dieses Mal schaffe ich auch die Stelle. Ja, ich hasse recht. Oh, scheiße. Habe ich das Wort? Ja, ich habe das Wort erwischt. Ja, ja. Ich werde ja direkt gut. Oh, ja, erklär es noch länger. Das ist ein Schub-Auffrischer. Ui. Habe ich noch nie gehört. Ach, ist ja genial. Um deine Schubstiefel mehrmals zu benutzen. Wie sie das zweimal erklärt, wie das mal blöd wäre oder so. Ja. Oh, da geht es sogar weiter hoch. Warte mal. Eigentlich ja nie. Höre ich es in die andere Richtung, aber da war bloß ein Fass. Da ist noch so ein Schub-Auffrischer. Ah, jetzt komme ich da nicht hoch. Oder wir kommen dann später dort oben noch lang. Ah, sehr schön. So, nochmal drei Sachen. Gut, dass ich das nochmal gesehen habe. Ja, wie einfach, hm? Ja, natürlich. Für uns doch easy. Ja, wir sind ja da, die. Uns alte LittleBigPlanet-Profis. Komm, schnell. Ja, ich wäre ja beinah da gewesen. Ja, ich habe es gesehen. Na ja, machst du das wieder, Leni. Ja, was soll's. Oh, scheiße. Bin ich aber vor allem besser durchgekommen. So. Bin ja schon oben. Da oben ist auch was. Da komme ich aber nicht hin. Da rechts schon, oder? Ja, ja. Da rechts, klar kommen wir da rechts lang. Nee, da oben, da oben. Da oben, meint ich. Aber waren wir hier schon? Ja, da waren wir schon. Ach ja, da war die Glocke. Das ist die Glocke. Obwohl du den schlechten Witz, du hast ja schöne Glocken gerissen hast. Oh, der ist schon immer wieder lustig, wenn ich ihn höre. Wirklich? Nö. Der ist so schlecht wie beim ersten Mal. Ja. Da ist ja ja ähnlich. So. Hier. Nein. Oh, dann kommst du aber auch nicht hoch. So eine behinderte Kante. Ah, mehr Schwung beim Rauskommen. Oh. Da fehlen aber die Schubstiefel. Ja, da fehlt der Schwung dann wieder, ja. Das ist ja doch ohne. Gehen. Hast du deine Schubstiefel aus? Nö. Ich dachte nur kurz. Oh, ich bin oben. Oh, nee. Warte mal. Du, das Lärm. Ja, du kannst es. Nicht. Ja, fast. Komm, einmal noch. Jetzt hast du es. Ja, voll. Man kann sie ja doch auf dich verlassen. Ach ja, manchmal geht das schon. Weißt du, da war ich zu weit oben. Ja. Ich habe es hinbekommen. Schön. Gut so. Jetzt. Oh, nee. Ha. Nee, so nicht. So auch nicht. Ja, das will ich nach oben. So. Draufstellen und jetzt hoch und auf den anderen nach oben. Oh, komm. Komm. Jawohl. Drei Anläufe gebraucht, bis man sie endlich mal hinkriegt. Ah. Ah, okay. Ich hätte mal hinten sein müssen. Hö. Ich komme nochmal zurück. Ich feige es Huhn. Oh. Oh. Warte immer auf mich. Ja, tu ich. So, du bleibst hier schön auf der Plattform. Ich versuche das mal. Ah. 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 Ja, ich habe es versucht. Nochmal. Ah. Ah, knapp. Kriege ich. Irgendwann kriege ich es hin. Oh. Ah. Ja, war frech. Oh. Oh. Na, jetzt lassen wir es einfach. Okay. Ich glaube. Wegen einem blöden Bubbel. Ja, wegen einem Bubbel. Jetzt müssen sie dir das schon wieder erklären. Ja. Schlimm mit uns. Wir haben aber die Schubstiefel eh schon und dann können wir eh gleich links lang. Dann kürzen wir die ganze Sache einfach mal ab. Wo willst du links lang? Ja, pass auf. Pass auf und lern, wie man so ein Level abkürzt. Theoretisch stellt es gehen, ja. Es sei denn, das Level setzt es zu lange auf null zurück. Aber ich weiß doch sonst, was du meinst. Hm. Das ist ja schon mal gut. Aber da erklärt uns trotzdem noch den Schubring. Oder den Wiederaufladering. Oder wie auch immer. Ja, genau. Den Schubwiederaufladering. Und das zweimal und das so mit Nachdruck. So. Ach, da schub. Ich krieg immer den falschen Knopf. Ja. So, ich bin schon mal oben. Ja, ich auch. Jetzt wird das Spiel übelst das Backen anfangen. Oh. Das ist ein Schubaffrischer. Er lebt deine Schubstiefel auf, wann immer du ihn berührst. Verwende Schubaffrischer, um deine Schubstiefel mehrmals zu benutzen. Schön erklärt sie das immer. Ja. Also da ist er richtig gut drin. Hm. Ob ich es jetzt mal schaffe hier? Ja. Das sieht bis jetzt gut aus. Ja. Er hat es geschafft. Wir sind stolz auf dich. Die ganze Community. Nein. Ich bin oben. Hättest du ja fast geschafft. Ja, fast. Was ist denn da eigentlich rechts? Warte mal. Du darfst vielleicht noch. Da ist die Glocke. Ach ja. Jedes Mal wieder. Jeder fällt mal drauf rein. Sehr schön. Cool. Ich habe es auch noch geschafft. Kack. Super. Bin ich echt stolz auf dich. Das muss ich wieder schaffen. Ich bin drüben. Nein. Super. Wir werden besser mit den Schubstiefeln. Ja, ja. Die sind nie so schlimm. In der Middle Bay Planet 2 war das schlimmer mit denen. Cool. Ich habe es auch mal geschafft. Geil. Da kommt man sich vor wie ein Superman. Nein. An der Kante hängen geblieben. Nein. Ich auch. Oh, scheiße. Weil da so eine Kante vorsteht. Bist du quetscht worden, oder? Nein. Das Geräusch habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Warum kommst du darauf jetzt? Okay. Ich warte noch ein Ründchen hier. Jetzt. Okay. Da hat die letzte Konsequenz gefehlt. Ja. Wunderbar. Jetzt. Ich habe mich mal todesmutig geopfert, um den Bubbel zu kriegen. Hui. So. Oh. Ganz knapp mich. Mal verkacken. Zu früh. Zu niedrig. Ey, nee, oder? Jetzt kriege ich es hin. Oh. Oh. Querstarter. Komm ich da jetzt mal hoch? Oh. So, und jetzt? Ach, da hoch. Verstehe. Oh. Ich habe... Achtung. Obacht. Oh, leg mich. Oh, ich habe es doch eigentlich geschaut. Eigentlich. So, ab zu den Sternen. Dann haben wir das Ding auch mal. Da ist die alte wieder. Die alte Spinne. Oh. Ich habe es überlebt. Ich auch. Okay. Dann hole ich den scheiß Wagen da nicht ein. Ach, da war wieder ein Ebenenwechsel. Kacke. Glück. Nächsten Waffen. Hm. Ich hüpfe einfach nur drauf. So würde ich auch gern. Okay. Ah, da war ja der Wagen immer da. Nee. Der war weg. Oder auch nie schön. Ah. Ah, ich hätte einmal durchfallen müssen noch. Könnte das sein? Oh, shit. Auf einmal schaffst du es nicht. Das ist das Miese. Man denkt zu viel nach. Dann mach ich versuch's alleine. Bin dabei. Bin dabei. Ja. Bin. Boink. Frage ist halt, ob du den Wagen überhaupt noch mal brauchst jetzt. Ah, bestimmt. Aber einen anderen dann eben. Ach so, hier brauchst du ihn wieder. Ah. Na, das wird ja witzig. Oh, scheiße. Das war zu früh. Ja, wir haben ja noch ein paar Leben. Äh, eins jetzt noch. Dann versuch nicht als erster drauf zu gehen. Nee. Ah, komm. Aha. Ich bin nicht hochgekommen. Aber jetzt weißt du ja, wie es geht. Boah. Huh, 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 huh. Den war ich noch? Jetzt. Nö. Jetzt. Ach, da lang. Huh. Ah, genau. Hol mich erst mal raus. Hab ich doch. Da kommst du irgendwie nicht lang. Doch. Hä? Ich bin doch gerade die ganze Zeit irgendwo dagegen gelatscht. Naja. Da muss ich halt wieder machen. Huh. Ja, den Bubbel kriegen wir ja ziemlich einfach. Vorsicht. Vorsicht, blöde Uschi. Ja, das war jetzt mein Tod. Aber ich hab die Spinne schon mal. Alter, da ist unten auch was. Nein. Wieso bist du gesprungen? Weil ich die... Wo sollte ich denn hin? Das Ding war komplett da. Guck dir, das waren die Spinne. Hat mich komplett weggenatzt. Da hättest du stehen können. Ja, ich hab sie mal für dich getötet. Da unten? Ja. Keine Ahnung, wie man da schon wieder hinkommen soll. Glaub ich zu leicht für die Geschichte. Oh, hier sind mal zwei. Schön. Dann machen wir das mal. Ja. Ein paar mehr Bubbels. Du gehst hoch und dann muss ich bestimmt da unter. Ha. Äh, ja. Dann geh ich halt hoch. Schönes Tag. Hä? Wie willst du denn das schaffen? Das ist eine gute Frage. Kann ich mal wieder runtergehen? Nee, das geht auch nie. Nee. Geh nochmal hoch. Warte. Super. Kannst du von der Torte aus da hoch kommen? Ah ja, okay. Na, super. Alter. Ab und zu sind die Dinge schon tricky. So, du darfst dich wieder auf den Knöpfe stellen, weil sonst schaffe ich es nicht. Ich glaube nie. Aber ich kann es ja machen. Nö? Der ist jetzt oben. Okay. Ich dachte nur, dass der wieder runterkommt. Ja, das hat Mike's Feuer auch wieder gemacht. Da ist was drunter. Ja, das ist wieder so ein Bild. Das ist wieder irgendwas. Ich habe doch vorhin schon wieder so ein Bild gehabt. Ja, genau. Vielleicht kriegt man doch nur was, wenn man so aussieht. Boah, ich bin doch gerade noch rübergekommen. So, ich komme mal nach. Ah ja, das ist ja witzig. Boah. Scheiße, ich bin daneben geflogen. Ach, kein Problem. Ich habe alle Bubbles eingesammelt. Okay. Das ist ja schon mal das Feine dran. Huch, was ist denn bei dir passiert? Ja, es gibt eben jetzt schon Leute, die in Polen sich Böller kaufen. Und da muss halt jetzt schon geballert werden. Ach so, wir müssen loslassen. Ui, wir haben eine Perle. Wunderschön. Wunderschön. Ah, dann haben wir das Level endlich geschafft. Ja. Drei Anläufe haben wir gebraucht, oder? Ja. Irgendwie sowas. Ja, gut. 71% haben wir. Wahnsinn. Natürlich, ohne Leben verloren haben wir es nicht geschafft. Aber hey. Ich habe niemals Level abgeschlossen, ja. Du arme Wurst. Gut. Okay, dann sind wir fertig für heute. Genau. Wir sagen danke fürs Zusehen. Wir hoffen, ihr schaut übermorgen auch wieder bei uns rein. Und bis dahin. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.